Augustinus von Canterbury war der erste Erzbischof von Canterbury. Er wurde von Papst Gregor I. 597 zu Edelbert, dem König von Kent im südlichen England, gesandt, wobei er von Laurentius von Canterbury, dem späteren zweiten Erzbischof, begleitet wurde. Er gilt als der Apostel der Angelsachsen. Er ist nicht zu verwechseln mit dem bekannteren Kirchenvater Augustinus von Hippo. Leben Edelbert sehe Frau Bertha, die Tochter des Merowinger Königs Charibat I., war Christin. Sie hatte ihren Kaplan mit auf die Insel gebracht, um in Canterbury eine Kirche errichten oder eine aus römischer Zeit restaurieren lassen, die sie dem heiligen Martin von Thurs, einem der Hauptpatrone der fränkischen Königsfamilie, weihte. Edelbert selbst war heide, erlaubte aber seiner Frau ihre christliche Religion auszuüben. Wohl unter ihrem Einfluss bat Edelbert Papst Gregor um die Entsendung von Missionaren für sein Reich. Gregors Wahl fiel auf den Benediktiner Augustinus, der 596 Präpositus des Andreasklosters in Rom war, das Papst Gregor selbst gegründet hatte. Er schickte ihn an der Spitze von 40 Mönchen aus, um bei den Angelsachsen zu missionieren, so wie ein zweites Mal. Als Augustinus nach einem halbherzigen Start nach Rom zurückkehrte und den Papst bat, die Mission aufzugeben. Augustinus wurde unterwegs im Frankenreich zum Bischof geweiht. Im Frühjahr 597 landeten Augustinus und seine Begleiter auf der Isle of Tarnet. Edelbert erlaubte den Missionaren, sich in Canterbury niederzulassen und dort zu predigen. Die Überlieferung sagt, dass Augustinus ihn nur wenige Tage nach seiner Ankunft in Canthaufte, obwohl ein Brief Gregors an Börther nahelegt, dass dies nicht vor 601 geschehen sein kann. Edelbert sandte einen Bericht über seinen Erfolg an Gregor mit Fragen zu seiner Arbeit. 601 brachten Melitus, Justus und andere die päpstliche Antwort mit dem Palium für Augustinus, heiligen Gefäßen, Kleidung, Reliquien, Büchern. Gregor befahl dem neuen Erzbischof, sobald als möglich zwölf Weihbischöfe zu ordinieren, einen Bischof nach York zu senden. Der ebenfalls zwölf Weihbischöfe haben sollte, ein Plan, der nicht ausgeführt wurde, ebenso wenig wie den erzbischöflichen Sitz in London zu nehmen. Wie Gregor beabsichtigte, Augustinus machte Melitus zum Bischof von London und Justus zum Bischof von Neurochester. Umsetzbar waren dagegen die Aufträge des Papstes bezüglich der heidnischen Tempel und Bräuche. Die ersteren sollten christliche Kirchen werden, die letzteren so weit wie möglich umgewidmet werden in Märtyrerfeste, da derjenige, der in luftige Höhen klettern will, schrittweise steigen muss, nicht springen. Augustinus ließ eine alte Kirche in Canterbury als seine Kathedrale wieder aufbauen, neu weihen und dazu ein Kloster gründen. Ein zweites Kloster wurde Sankt Peter und Sankt Paul außerhalb der Stadtmauern. Diese Benediktinerabtei wurde später im Jahr 978 dem inzwischen heilig gesprochenen Augustinus gewidmet. Seine Versuche, die keltische Kirche in Wales zu übernehmen, schlugen fehl. Augustinus wurde heilig gesprochen. Sein Gedenktag ist in der römisch-katholischen Kirche der 27. Mai, in der evangelischen, anglikanischen und orthodoxen Kirche der 26. Mai.